Hey Leute, habt ihr in dieser schwierigen Corona-Zeit eine eigene Meinung zum Thema Solidarität, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Diskriminierung? Habt ihr Lust, euch mit Freunden zusammenzutun? Und seid ihr kreativ genug, eine eigene Story zu entwickeln und diese als coolen Clip oder Fotostrecke umzusetzen? Und schlägt euer Herz schwarz und gelb? Dann kann ich euch folgenden Wettbewerb empfehlen. Heimspiel für Zivilcourage. Das ist ein toller Wettbewerb, bei dem es richtig coole Sachen zu gewinnen gibt. Lasst euch überraschen. Nähere Infos findet ihr auf www.heimspielfürzivilcourage.de Los geht's!